Maxi, in den letzten Tagen haben wieder über 7.000 Rapidler Stimme abgegeben. Es wurde gesuchter Rapidler der Saison geworden. Bist du es überraschenderweise. Sonst würde es nicht hier stehen. Eine Auszeichnung, über die man sich freut? Ja, natürlich. Das ist eine super Sache für mich. Das gefreut mich natürlich irrsinnig, weil ich gleich an dieser Stelle Danke sagen an alle, die nach dem Rapidler des Jahres und dem Tor des Jahres jetzt mehr zum Rapidler der Saison gewählt hat. Und ja, das bedeutet mir wirklich sehr viel. Hast du eine spezielle Community, die dich da richtig supportet? Es schaut so aus, nein. Also wie gesagt, ich bin sehr dankbar dafür und ja, ich freue mich da wirklich sehr drüber. Neben den Leistungen wurde vor allem honoriert, dass du quasi immer spielst. Marathon-Mann haben wir ja schon des Öfteren gesagt. Ich habe schon oft gefragt, aber vielleicht verratest du es jetzt im Vorbereitungs-, im Trainingslager. Was ist das Geheimnis, dass du eigentlich immer fit bist und fast immer durchspielst? Ja, nein. Ich probiere mich einfach während der Saison einfach immer am besten möglich für den Wettkampf sozusagen vorbereiten. Und ja, auch in die Vorbereitungen immer am Platz zu stehen, einfach da das rauszuholen, das wir dann in der Meisterschaft brauchen. Und ja, ich bin natürlich stolz, dass mir das jetzt so gut immer gelingt und dass ich da jedes Spiel am Main-Spiel spielen kann und da den Einsatz für Rapid geben kann. Jetzt ist die Zeit, die viele Fußballer angeblich nicht so gern haben, nämlich die Vorbereitungszeit, Trainingslager etc. Wie gehst du das immer an? Auch mental, wenn man weiß, jetzt geht es so richtig zur Sache. Wir haben ja einen strengen Athletiktrainer, was ich gehört habe. Ja, da verstehe ich schon den einen oder anderen. Aber ja, es gehört dazu. Das ist wichtig eben für die ganze Saison, dass wir sich da in Feinschliff holen und dass wir dann in der Meisterschaft wieder voll angreifen können. Maxi, du bist unser gesetzter linker Abwehrspieler. Jetzt ist für die linke Innenverteidigerseite ein engerer Landsmann von dir gekommen mit dem Kevin Wimmer. Was sind so deine ersten Eindrücke von ihm und kennst du ihn oder hast du ihn vorher schon persönlich gekannt? Ja, natürlich sehr positiver Eindruck. Er bringt gleich sein Spieler auch mit am Platz. Er redet viel, coacht viel und ja, merkt man schon, dass er eine richtige Klasse hat, dass er im Ausland unterwegs war. Und ja, ich glaube, der wird uns richtig gut weiterhelfen und ja, ich freue mich schon drauf. Zu einem zweiten und letzten, das heilt keine Sorge, zu einem zweiten und letzten auch auf deiner Position hin und wieder schon gespielt, aber auch eher Innenverteidiger, junger von der zweiten Mannschaft. Der Marko Diakovic ist ein Spieler, den du auch besonders im Auge hast, der sich durchsetzen kann. Er ist ja noch sehr, sehr jung. Ich glaube, 2002 geboren, also fast noch ein Jugendlicher. Ja, ich glaube aber generell, dass alle jungen Spieler, die jetzt mit wieder an Bord sind, die hauen sich immer rein im Training, die geben Gas. Da kommt richtig was nach von unten und ja, das ist, denke ich, glaube ich, zeichnet den Verein gut aus, die Jugendarbeit und da kommen immer mehr jetzt nach. Dann nochmal herzliche Gratulation. Eine kleine Symbolische Ehrung wird es dann noch ein bisschen später geben und noch ein gutes Trainingslager hier im Bad Dazwester. Dankeschön. Dankeschön.